Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und der Kameramich, wieder dabei, wie immer. Genau und wir sind richtig sportlich geworden, immer rein, raus, rein, raus, dunkel, Regen, oder? Ihr Lieben, weil das ist nämlich heute wieder unser Outdoor Thema, das ist nämlich heute Bepflanzung und ein bisschen Deko rund um unseren Baum und das mit dieser Baumbank oder wie nennt man die? Und ihr Lieben, wenn euch das Thema heute interessiert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das Farbthema ist nämlich heute gelb und wir fangen hier vorne an. Es hat gerade gerechnet, wir müssen wieder rein und raus rennen, deswegen sind die richtig schön nass geworden. Das sind diese Rosen, die fand ich wunderschön, die haben, ja, dieses Grün und am Rand so ein bisschen Orange-Rot, finde ich total klasse. Und da habe ich mich ein bisschen nachorientiert mit den anderen Pflanzen. Und zwar haben wir hier hinten, guck mal, zeige ich euch hierhin, habe ich noch ein bisschen Elfenspiegel von der letzten Deko. Hier oben könnt ihr mal gucken, in der Infobox, da hatten wir nämlich pastellfarbene Töne hinten bei uns am Haus. Genau, und da sind das noch die Reste. Dann fand ich total schön, die Gänseblümchen. Also in diesem Weiß und dann in der Mitte mit diesem Gelb, total klasse, passend natürlich zur Margarite. Auch mit Gelb und natürlich schön wie bei der Rose, ein bisschen, ja, diesen Rot-Orange-Touch. Und damit das alles noch so ein bisschen aufgelockert wird und so ein bisschen romantisch wird, weil der Platz ist super romantisch, habe ich ein Schleierkraut mitgenommen. So, da ist schon ein bisschen ab, ein bisschen vorsichtig, genau, der Schleierkraut kommt da mit rein. Und was haben wir noch? Ich habe vom Hauseingang, könnt ihr auch hier oben in der Infobox gucken. Ich glaube, das war die Deko zu Ostern. Ich glaube schon. War so, ne? Da hatten wir das Nest gemacht, genau, mit den Drahteiern, oder? Ja. Ja, genau, da hat mich ja nämlich schön geholfen, das Feuer zu machen und die Drahteier zu machen. Hier oben in der Infobox könnt ihr auch nochmal gucken. Das war ein tolles Thema und das verwerten wir heute auch. Und diesen Maschendraht, ähm, oder sagen wir, ja, klar, Maschendrahtkorb, auch immer total super einsetzbar. Auch der kommt heute mit in die Deko. Dann unsere Weidenkörbe, die waren auch vorne am Eingang. Einmal diesen ganz großen, den ich hier hinten habe, denn hier vorne den kleineren und so ein Wandkorb. Den hatte ich vorher hier an der Hauswand, wo wir jetzt Orange haben und natürliches Moos. Und nicht zu vergessen, wieder Erde und ein bisschen Blähto. Nicht ganz vergessen, ich habe hier noch eine Pflanze, die habe ich gerettet. Die sieht nicht mehr so gut aus, aber ich denke, wenn mir die einpflanzen kommt, die wieder richtig gut. Auch die kann gut Sonne ab, so wie die anderen auch, Margariten sowieso. Und auch Halbschatten. Und die heißt Osteospermum. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da gibt es bestimmt noch einen anderen Namen für. Aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und die kommt auch mit in die Deko. Und ich habe jetzt hier den Blähton. Den Blähton, der kommt jetzt hier in den großen Korb, damit wir keine Stauhundesse kriegen. Und den mache ich hier erst mal rein. Das ist ein bisschen staubig, aber ich würde mal sagen, so drei Zentimeter, oder? Würde ich sagen, so kommt ungefähr hin. Habe ich jetzt den Blähton hier rein gemacht und da mache ich jetzt die Erde rüber. So, ich werde jetzt ein bisschen mit der Erde spielen. Ich gucke, dass wir genug Höhe haben. Und ich achte immer drauf, dass die Erde wirklich abschließend so ist, wie die Pflanze auch vorher im Topf drin war. Aber das finde ich immer ganz gut. So pflanze ich die immer ein. Und ich finde, das Schleierkraut, finde ich total toll, wenn wir das hier einfach so mit reinpflanzen. Dann haben wir so ein bisschen Höhe und das macht das Ganze noch so ein bisschen verspielt. Und das finde ich eigentlich, persönlich finde ich das ganz schön mit den Rosen. Und das fülle ich mir jetzt noch mit Erde auf. Was ich jetzt hier definitiv nochmal eben machen werde, ist das mit Moos vor oder hier an den Seiten ein bisschen zu verkleiden. Weil, ja, der Plastikansatz ist einfach nicht mehr so schön. Und ich finde das ja, wie gesagt, immer sehr natürlich. Und das mache ich jetzt einmal rundherum. So, jetzt bin ich jetzt gleich fertig. Ich lecke hier noch meine letzten Stückchen an den Rand. Und ja, die können die, nehme ich jetzt den ganzen Sommer hier, haben sie richtig schönen Platz, sich zu entwickeln. Wie gesagt, die Rosen und das Schleierkraut, die kommen dann danach auch in die Beete, weil die ja dann immer wieder kommen. Jetzt haben wir hier unseren Wandkorb. Und ich glaube, das wird hingestellt und die sind natürlich ein bisschen vorne. Ich glaube, hier kommen jetzt, musst du echt mal eben überlegen, unsere Gänsebümmchen rein. Ich glaube wirklich, das passt perfekt. Ich werde jetzt, ist doch super ausgefüllt. Und ich werde die jetzt auch aus dem Topf nehmen und hier vorsichtig einpflanzen. Jetzt hier meine Erde und fülle das jetzt genauso wie eben gerade auch. Wieder so auf, dass genau die Pflanze wie im Topf eben auch zuvor eingepflanzt ist. Es ist ein bisschen schade, bei dieser hier ist tatsächlich das ganze Wurzelwerk abgegangen. Und ich hoffe, vielleicht haben wir Glück, dass die noch kommt. So, jetzt haben wir die schön mit Erde aufgefüllt und hier vorne am Rand, hinten drin mache ich das nicht. Wirklich jetzt nur hier am Rand nochmal ein bisschen, ein bisschen Moos rauf. Und was ist uns gerade eben passiert? Das Vogelnäss ist umgekippt mit dem Ast, wenn es kaputt gegangen ist. Genau. Oder ein bisschen kaputt. Jetzt müssen wir es gleich nochmal eben flicken. Ich glaube, das machen wir mit Draht, oder was meinst du? Ja, und, also das gefällt mir, guck mal, ich kippe das einfach mal eben so, das ist doch toll, oder? Mit dem Moos und dann dieses Korbgeflecht und die kleinen zarten Gänseblümchen gefällt mir persönlich wirklich sehr, sehr gut. Dieser Korb, den hatten wir auch vorne, da waren Hornfeilchen drin. Da freue ich mich richtig, weil ich habe ja noch das Efeu gehabt, das Efeu, was wir, wie gesagt, auch hinten hatten. Und das passt hier wirklich super rein. Also finde ich, weil das steht ja nachher hier bei uns auf der Bank. Und dann haben wir nochmal wirklich, dann kann das richtig super nach unten wachsen. Und wir haben die Deko, die blumige Deko eben dann auch nach unten. Wir haben ein bisschen Höhe, es geht nach unten und das gefällt mir sehr gut. Und ich fülle jetzt hier auch nochmal wieder die Lücken, komplett mit Erde auf. Auch das Efeu kommt natürlich auch, das kommt nachher in unser Beet. Und Margariten, wisst ihr ja, da denkt, die wird nicht mehr nochmal kommen. Es wird jetzt auch wirklich Zeit, dass sie alle eingepflanzt werden, weil die hatte ich ja nun schon vor einigen Tagen gekauft. Und ja, wie gesagt, das Wetter und die Arbeit hat es nicht zugelassen, dass wir filmen können. Und deswegen ist es jetzt wirklich super, dass wir jetzt mal einen kurzen, trockenen Moment haben. Und die endlich einpflanzen und mit euch zusammen eindekorieren können. Und jetzt kommt hier an der Seite, das mache ich jetzt hier auch nochmal wieder mit dem Moos. Es ist jedes Mal ein Abenteuer zur Zeit hier zu filmen. Es ist, ich habe nicht nur schwarze Hände, auch da oben der Himmel. Der ist wieder total dunkel, aber egal. Wir wollen das jetzt hier heute zu Ende bringen mit euch. Und diesen Drahtkorb, den werde ich jetzt wieder mit frischem Moos auskleiden. Und dann natürlich mit der grünen Seite nach außen. Dann wie immer in der Mitte ein bisschen Erde. Und jetzt gucke ich einfach mal, welche Pflanze ich jetzt nehme. Tatsächlich nehme ich den Elfenspiegel, weil er wirklich so ein richtig tolles, sattes Gelb. Grün auch, aber auch Gelb. Und ich breche jetzt hier wieder ganz vorsichtig, das Wurzelweg nur ein bisschen auf. Und stecke es mir jetzt hier in das Drahtkörbchen oben auf die Erde rein. Und werde jetzt oben nochmal so ein bisschen Moos drauflegen. Rucki zucki. Und das Körbchen ist auch fertig. Jetzt kann man natürlich, finde ich auch total klasse, kann man nochmal Muscheln drauflegen. Oder Äste. Das machen wir ja normalerweise auch immer. Aber da wir unser Stück, wir haben ja noch unser Nestchen. Und das zeige ich jetzt nochmal Ihnen. Hier ist es uns abgebrochen. Ich bin da jetzt wirklich ein bisschen traurig, hier unten am Ast. Da werde ich jetzt ein bisschen Draht hochholen. Und werde mir das hier jetzt so ein bisschen fixieren, damit das wieder hält. Ich habe gerade umgewickelt. Und ich hatte hier noch eine Wurzel mit einem Efeu. Und die Petunie habe ich jetzt hier reingemacht, ein bisschen mit Moos aufgefüllt. Und finde ich sehr natürlich. Ist auch jetzt ganz schön wieder mit dem grünen Moos. Und bevor jetzt der Riesenregen kommt, würde ich sagen, wo gehen wir hin? Zum Baum. Ja. Den Ast habe ich hier reingesteckt. Den habe ich mir hier fixiert. Den könnte man jetzt hier auch nochmal mit Draht fixieren. Ja, und das muss ich auch. Ich sehe, der fällt jetzt ein bisschen ab. Hier hinten. Toller Schatz. Ganz toll. Auf der anderen Seite, damit sich das Farbspiel nochmal erholt, kommt hier rüber. Hier oben habe ich einfach nur ein Draht rumgemacht und das hält wirklich super. Wenn ihr Angst habt, dass es nicht hält, kann man hier hinten nochmal in das Geäst und einmal um den Baum rumgehen. Aber ich glaube, dass das ziemlich geschützt hier ist. Dann habe ich noch so ein wunderschönes altes Windlicht. Dann kann ich nachher nochmal eine richtig sauber machen, die Kerze. Und hier neben finde ich passt total klasse, der Drahtport. Und unsere richtig schöne Vogeltränke im Chebby-Look, die kommt jetzt hier oben mit drauf. Und ich finde, das passt sehr schön mit diesen gelben, ja mit diesen gelben Pflanzen. Und das war unser Thema heute. Bepflanzung rund um den Baum. Und ich hoffe sehr, dass bald die Sonne kommt und wirklich mal beständiger für alle, dass es einfach mal schön wird. Und ja, ein bisschen warm auch, ne? Ja. Dann würden wir hier auch gerne mal Kissenplatz nehmen. Und man kann das so ein bisschen nach unten stellen und sich hier ein bisschen das gemütlich machen. Ihr Lieben, und wir hoffen sehr, dass euch auch das Thema heute inspiriert hat und euch auch interessiert hat. Dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch, ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Und ich würde sagen, bis die Tage. Eure Conny und... Euer Micha, der Kameramann. Bis bald. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, wieder in eigener Sache, folgt uns doch auf Instagram oder auf Facebook. Da kommen immer Highlights. Schreibt uns an, schickt uns Fotos. Das macht immer Freude. Und wenn ihr Dekoartikel mal Interesse habt, guckt ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es den Link zu unserer Homepage. Und von da habt ihr immer die Verlinkung zu den jeweiligen Dekoartikeln. Also jetzt sage ich aber, bis bald. Eure Conny und... Euer Micha. Tschüss. 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 Tschüss.